Ich war Hostesse auf der Messe, könnte man sagen. Wir sind die Hostessin von den Messen. Ja, ich war 18, ganz jung und bin für so eine Firma eingeladen gewesen. Ich war da Praktikantin, die haben gesagt, den Guido nehmen wir mit. Der kann doch am Stand ein bisschen plaudern und so war es dann auch. Ich habe dann da so Kleinmöbel, waren das gar nicht schön. Aber ich hatte da eine wunderbare Zeit. Das war meine allererste Messe meines Lebens, war wirklich die IMM. Vielleicht ist das aber auch ein bisschen diese Verbindung zwischen Möbel und Interior. Und dann, ja später stellt man fest, was für eine Fachrichtung man macht. Und das hilft mir heute sehr. Und das war vielleicht so ein bisschen meine Grundlage damals, dass ich auf der IMM war.